Der FC Bayern hat sein neues Heimtrikot für die Saison 2019-20 still präsentiert. Die neuen Jerseys sind eine Hommage an die Allianz Arena, sie erinnern an die Waben der Außenfassade des Stadions, die rot leuchtenden Waben ziehen sich in verschiedenen Rottönen über die gesamte Brustbildergalerie. Die Trikots der Top-Clubs für die Saison 2019-2067 Stillbilder gelungener Clou, für eine spezielle Fan-Edition haben sich der Rekordmeister und Sportartikelhersteller Adidas etwas Besonderes ausgedacht. Jetzt die aktuellen Trikots des FC Bayern bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige Sonderaktion für Robben und Ribérezon Bevorstehenden Abschied von Frank Ribérez und Arjen Robben sind für kurze Zeit die Rückennummern der beiden Routiniers in einem Spezial-Vlog erhältlich. Zu sehen sind darauf besondere Momente der scheidenden Superstars. Das Spezial-Trikot von Frank Ribérez Urheberrecht FC Bayern am letzten Bundesligaspieltag am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt werden die Bayern erstmals in ihren neuen Trikots auflaufen. Beim Gewinn der Meisterschaft dürften die Jerseys gleich mal einem Weißbiertest unterzogen werden. Meist gelesene Artikel Eishockey-WM 2019 live bei Sport1 Drei Seitel sorgt für Comeback Sie Kind Fußball La Liga fällt Atletico jetzt auseinander Punkt Eishockey-WM 2019 live bei Sport1 Sorge um Seider Söderholm wütet Fußball Bundesliga Robben bringt Kovac in Zickmühle Fußball Bundesliga Brutiniers auf Trikots verewigt Let's block It's Why?